Musik 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 Hi, wir fahren jetzt nach oben aus den Tensburg. Hier ist übrigens unsere Fahrerin namens Christina. Hallo. Hallo, das ist ein Schnicker. Sieht ihr ein Schläger? Das ist ein Schnicker. Ach, ein Snicker. Sieht ja auch alle schon ganz shopping-guide. Oh ja. Ohne Geld. Ohne Geld, genau. Ja, wir sind Gurus. Wir dürfen das. So, wo sind wir jetzt? Wir sind in der Nähe von Castro Brau. Yay. Da bin ich zwei Jahre zur Schule gegangen. Zwei Jahre? Ausbildung. Ja. BTA. Ja, genau. Formatördisch. Genau. Hast du alle Drogen verkauft? Hallo? Guten Abend. Ja. Ich kann heute nicht mehr richtig filmen, weil die zu viel Glück haben. So, ja. Ja, übrigens bei GetZ-Asset, die eine, die hat ja auch Drogen genommen. Aus dem GetZ-Asset. Ja, ich gucke normalerweise nie GetZ-Asset, aber heute war es so spannend. Ehrlich. Ja. Ich bin ja mehr so der, wie heißt das neue Eine-Wie-Keine-Tipp. Das finde ich toll. Eine-Wie-Keine? Was ist denn? Oh, guckt ihr nie Fernsehen-Rubbers? Ihr seid ja voll die Lüse. Oh, da könnte ich ja nur wieder mit ins Augen gehen. Kino Kino. Kino. Kino.to. Dafür werden Filme gemacht. Ja, oder? Ne, also keine Kerle. Wer spielt denn da die Hauptrolle? Eine Frau? Ja, aber welches? Eine rohschaurige. Also eine rohschaurige. Ich kenn die nicht. Die heißt Manu. Manu? Im Film. Also in der Serie. Aber ich gucke keinen Big Brother. Ja, nein, auch nicht. Ich habe nur die ersten Schlöpfe. Nein, auch nicht fest, ne? Nee. Stopp. Habe ich ja noch keine. Ich kenne die. Nein, nein. Alles klar. Ich kenne die. Keine Ahnung. Ich kenne die. 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 Ist das jetzt zu hell? Ach egal. Also wir sind jetzt in London kurz vor den IMED. Nein. Genau. Das ist die IMED für Loser quasi jetzt. Ach so, das ist die Christina. IMED wird in auch Christina. IMED wird in England Galeria Kaufhof geschrieben. So dass du Bescheid wissen. Voll der Brüller. Ja. Also. Oh es regnet. Meine Haare. Keine Angst. Sie sehen ja auch so scheiße. Ich bin gleich verbrüselt. Wenn sie das Kamera ausmachen. Das ist meine letzte Videoaufnahme. Boah. Mein Jean d'Or mich tut. Ja. 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 Hey. Ja. Zu meinem Baby. Oh hier. Das ist gerade diese geile Jacke. Ja. Schon mehr. Wir gehen jetzt zu Starbucks. Wir gehen jetzt zu Starbucks. Wir gehen jetzt zu Starbucks. Okay. Dann mach das mal wieder aus. Tschüss. Nein. Das hat sich ja voll... Hahaha. Krissi Cosmetics bei der Nahrungsaufnahme. Ja. Und das ist das Stück vom Pizza. Äh. Stück Pizza von Erna. Ich konnte es nicht aufessen. Ohhhh. Weil ich mein Stück dafür vergessen esse jetzt. Genau. Und ich hab mir extra nicht die Szene gepultet. Weil ich das geplant hab. Oh lecker. Es ist kein Leid, die gewisse Würste. Ohhhh. Wir haben jetzt alle drei erstmal kaum. Mit vollem Mund spricht man nicht. Wir haben jetzt alle drei Starbucks abgekleppert. Und sie haben immer noch nicht gefunden. Guck, meine Kamera nimmt das gar nicht aus. Also wir sind jetzt ähm bei Starbucks. Komm mit da. Hier ist äh Elchvieh. Ohhhh. Wie süß eine Mini-Karte. Ich hab ja so einen Buller. Ja das ist meine alte. Meine neue schlepp ich bestimmt nicht mit. Hast du die jetzt schon bekommen? Ja schon am Mittwoch. Hast du nur die Kamera gesagt, der ist noch mal nicht da? Nee. Meine ist schon da. Schon seit Mittwoch. Ich hab die Sonntag bestellt und Mittwoch war es schon da. Schön. Das ist die Kamera. Ja. Deshalb wollte ich ja nicht erzählen. Weil mir das so ein bisschen unangenehm war. Und die ist immer. Okay. Ja die ist super. Ja ist gut. Cool. Yeah. Cool. Genau. Bitch. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Hallo. Hallo. Oh ich krieg die Tasche nicht aus. Oh du bist so süß. Hallo. Hi. Hi. Und da kreist dann durch. Das war ja so. Das war ja so. Ja. Kennst du ja alles von dir. 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 Hier hat sich nicht viel getan. Ja. Und da wird wieder gewungen. Nein. Fürst du. Du hast deine Kamera rausgesprungen. Ja jetzt auch. Die ist ja aber groß. Böden. Ich mach mal ein Video. Das ist jetzt quasi schon hier. Das ist meine neue Lieblingsabonente. Lena. Ich wollte nur bei ihr. Genau. Ach so. Ach so. Aber schon mal in Pose gesetzt. Also bereit. Das ist jetzt das Abschlussvideo. Tschüss. Das ist jetzt quasi der Abschlusseinkauf. Wir betreten gerade irgendeinen Laden. Tschüss. Vielleicht mach ich im Auto auch nochmal. Tschüss. Ja. Unsere Shoppingtour ist leider etwas dürftig ausgefallen. Oder? Ja. Ich bin eigentlich ganz süßig. Christy ist eigentlich ganz zufrieden. Aber. Christina und ich sind nicht wirklich zufrieden. Weil. Naja. Was soll ich. Das war schön. Weil einige unserer Abonetten kennenzulernen. Ja. Richtig cool das Jahr war. Massen an Menschen. Ja. Auflaufen. Naja. Die denken schon an sie. Warum filmen die sich? Haha. So. Wir fahren jetzt nach Old Creek in. Ja. Oder was. Kennst du die? Ja. Wir sind ja auf den Eimer gewesen. Und ja. War aber nicht so. Wir waren in Amerika. Ja. Ja. Tschüss.